Schreibt euch eine Schule vor, an der alle Schüler und Schülerinnen mitwirken und Demokratie selber in die Hand nehmen. Wir haben einen Büchermarkt für gebrauchte Lernbücher organisiert und mit schulweiten Umfragen innerhalb von zwei Jahren den Unterricht nach und nach verbessert. Wir haben in den letzten Jahren regelmäßig Vollversammlungen der gesamten Schülerschaft einberufen und so unsere Schulregeln stark mit beeinflusst und blöde Strafmaßnahmen abgeschafft. Auch Klimaschutz hat jetzt in unserer Schule endlich den Stellenwert, wie es sich an einer guten Schule gehört. Mit einer aktiven Schülervertretung ist alles möglich. Damit alle Schulen dorthin kommen, unterstützen wir Schülervertretungsarbeit mit Seminaren, Coachings und unserer Netzwerk- und Beratungsstelle. Demokratie ist, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Rechte kennen, gehört werden und an ihrer Schule schon jetzt mitwirken. Wir unterstützen Schülervertretungen, damit sie sich einmischen, mitentscheiden und ihrer Schule ein Gesicht geben. – 체aktische Bräderung – Verwaltungen – Vielen Dank.